Der Zauberschüler, Fluch des Hexenmeisters In diesem Buch geht es um den Zauberschüler Flo, der besser gute Magie anwenden kann als böse Magie. Das trägt leider zum Leidwesen seines Hexenmeisters bei, der heißt nämlich Basil Humbug. Der hat nämlich vor, mit einem Zauberwurm, einem selbst erschaffenen Zauberwurm, die magische Quelle zu vergiften und damit den kompletten Zauberwald auszulöschen. Und Flo, der Lehrling, soll nun dabei helfen. Das findet Flo nicht schön, er hat aber keine andere Wahl. Er ist der Lehrling, er muss leider das machen, was ihm Basil Humbug aufträgt. Also schafft er den großen Grol, so nennen sie diesen gruseligen Wurm, will ihn in den Zauberwald schaffen, damit er dort die magische Quelle vergiftet. Auf dem Weg dorthin passiert etwas Unvorhergesehenes. Flo lässt diesen Wurm fallen und dieser geht einfach verloren. Basil ist natürlich vollkommen außer sich und schickt deswegen Flo zurück in den Zauberwald. Er soll sofort diesen großen Grol zurückholen, denn er ist ja ganz wertvoll für Basil. Im Zauberwald trifft er auf Ava, eine kleine Elfe und die beiden versuchen, nicht nur den großen Grol zu finden, sondern auch die magische Quelle zu schützen und damit auch den Fortbestand des Zauberwaldes. Dieses Buch hat ein super offenes Ende. Es gibt gleich noch einen zweiten Teil und es wird jetzt auch bald einen dritten Teil geben. Das ist richtig, richtig tolle, super actiongeladene Fantasy für junge Leser, weil es in einer sehr großen Schrift geschrieben ist. Das macht richtig, richtig Spaß zum Selberlesen und natürlich auch zum Vorlesen. Viel Spaß dabei! Vielen Dank!